Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus? Im Schlafzimmer. Ja. Stimmt doch sowas nicht. Ich habe immer noch Strom. Ja, das ist ja super. Das ist das Büro? Ja, das ist das Büro. Oder das Schlafzimmer in diesem Fall. Das wären jetzt eigentlich die Schlafzimmer. Der hier. Das ist ja witzig. Ja. Jetzt kommt er mit uns an. Ja. Aber der hat immer von hier an, vom Thermostat, keine Stromkriege. Ja, gut. Aber er hat eine Trab, wenn er ein Zimmer hat. Ich hätte jetzt einfach nichts erzählen. Was ist das wichtig? Ja, das ist schon gut. Ja. Das ist doch ein fewerer, das ist doch eine Tromm. Das ist doch ein bisschen besser. Das ist doch ein Sekunde. Dann ist das nicht so gut. Da hat alles nichts mehr. Das ist doch keine Stromkriege. So, da hättest du jetzt so verdrehen, da tust du eins am anderen drauf, gell? Und jetzt, wo du alles zusammen drin hast, ist das so in der Spannung. Wir müssen das hinten mal gleich fertig packen, dass das rein geht. Du kannst schon alles bei dir messen, ja. Aber so, es bleibt zwei, drei Dichtungen drin, gell? Dann mal wieder auf den Spannung. So, es bleibt zwei, drei Dichtungen drin, bis auf den Spannung. Abonniert es nicht so, da mal gleich los, bis auf die Hand zu gehen. So, jetzt kommt der Spannung. So, jetzt kommt der Spannung. So, jetzt kommt der Spannung. So, jetzt kommt der Spannung, wenn du das rauskriegst. So, jetzt kommt der Spannung. Nein, nein, gib mir noch mal ein Gefühl. Ganz langsam aufzutun. Aber es ist noch niemand ein Rohr. Niemand hat zwei Wollungen an den Eltern. Das kommt erst nach 40 Wollungen. Ja, tschau. Hast keine Sorgen, die Hosegräse durchgehe. Geht in die Decke, gell? Schaltet sie ein. Geht das was? Und dann läufts aber. Ja, das geht ja schon weg. Gut, jetzt müssen Sie die Regeln da hinzugehen, gell? Das läuft, gell? Gut, jetzt fahre ich ein bisschen dabei. Da mit der Lösung. Geht das wird, hat die Hosegräse durchgeführt.